So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und ich habe mir gedacht, nachdem ich vorhin die Flasche Jägermeister getrunken habe, ne, zum Frühstück um 7 Uhr, 7.30 Uhr für die Challenge gestern, wer den Stream verfolgt hat, weiß Bescheid, und es mir jetzt, ähm, relativ gut geht, so 9 Minuten vor 10, habe ich gedacht, werden wir das nächste Gewinnspiel-Video raushauen. Ich habe euch natürlich gefragt, wir haben ja gestern 5 Pachirisu verlost, davor gab es 5 mal Bisofang und so weiter, einer hat sogar seinen Pachirisu schon bekommen, dem sollte ich es direkt auf den Account drauf fangen, andere müssen sich entscheiden, ob ich es fangen soll, oder ob sie, äh, traden möchten, und wie immer, frage ich euch ja in den Kommentaren, was ihr als nächstes gerne vielleicht so hättet, oder was auch mal cool wäre für die Verlosung. Ich habe mir natürlich alle Kommentare wieder durchgelesen, habe mir Notizen gemacht, da sind Sachen dabei, die wurden alle nur einmal genannt, wie... Ich habe keine Ahnung, wie das heißt, äh, oder sowas wie Veggie-Mug, Sodamug, er will schon Affen, ich verstehe es nicht, wenn du flieb ist, wurde auch mal genannt, sind auf jeden Fall ein paar Kommentare zusammengekommen, ich habe mir die alle hier durchgelesen, habe mir Notizen gemacht, alles was einmal genannt wurde, habe ich rausgenommen, Und jetzt ist übrig geblieben, wir haben Relikant, zweimal, das kriegt ihr ja in Neuseeland, Auckland, Wellington, je nachdem, wo ihr hin wollt, äh, Scaraborn, ist eigentlich... Ich glaube, das ist am leichtesten zu finden von den vier Stück, kriegt ihr eigentlich fast überall in den USA, äh, vor allem auch in, ähm, Miami, Miami Beach. Da sitzt auch, wenn du flieb ist, da kriegt ihr vielleicht auch Illumise, das heißt, wenn jemand sagt, fang Scaraborn bitte auf meinem Account und tausch mir das nicht rüber, kann es sein, dass der nicht nur Scaraborn bekommt, sondern eben auch wenn du flieb ist und eben auch Illumise und so weiter. Ja, Tropius, würdet ihr hauptsächlich in Australien finden, irgendwo sitzt da, glaube ich, aber ganz alleine. Kangama ist das einzige Pokémon hier, aus der ersten Generation, was es eigentlich schon aus Eiern gab und jeder theoretisch haben könnte, wer aktiv spielt, sogar als Shiny. Ist auch das einzigste von den genannten hier, was es als Shiny gibt, aber wie ihr seht, Kangama hat nur zwei Stimmen, kommt also weg, Relikant hat zwei Stimmen, kommt also weg. Jetzt gab es die Entscheidung, Scaraborn hat fünf Stimmen, Tropius hat vier Stimmen, die wurden am meisten genannt und ich wollte eigentlich als nächstes Scaraborn machen, da ich Scaraborn auch richtig heftig finde, viele haben auch geschrieben, bitte Scaraborn, Scaraborn hat auch nochmal eine Mega-Entwicklung natürlich, so zur Vorbereitung, richtig heftig. Aber ich glaube, bis die Mega-Entwicklung kommt, für die Mega-Entwicklung, ihr wisst ja, müsst ihr ja das Pokémon raiden. Das heißt, wenn man das raiden möchte, muss es das ja in Raids geben. Die werden noch nicht eine kontinentale Mega-Entwicklung dort bringen und wir gehen leer aus und wir kriegen dann Pandimos in die Raids, aber das hat ja keine Mega-Entwicklung. Also keine Ahnung. Wie die das dann machen, die Nase juckt, wie die das dann machen, entweder ist das der Moment, wo Scaraborn für alle verfügbar ist, eine Zeit lang, dass das in Raids erscheint und jeder das raiden kann, jeder das bekommen kann und dadurch eben auch Mega-Scaraborn bekommen kann. Aber wie gesagt, ich denke, das dauert noch, das zieht sich noch etwas hin. Tropius ist das zweitmeist genannte Pokémon und ich finde, obwohl ich für Scaraborn war, dass Tropius gerade besser passt. Denn wir wissen, die Go-Battle-League hat einige Neuerungen, die Rangstufen hier für Rang 9, Rang 10 werden angepasst, da müsst ihr ja keine Punkte dann mehr machen, es kommt nur noch auf Siege an. Und es gibt dann den Halloween-Cup, es gibt den Flug-Cup und Tropius ist auch ein Pokémon vom Typ Flug. Was würde also besser passen, als als nächstes Tropius zu verlosen? Tropius als Flug-Pokémon, Flug und Pflanze, wo es eh den Flug-Cup gibt mit Pokémon bis 1500 WP und ihr ein Tropius vielleicht in eurer Sammlung habt, was jetzt ja schon gut in der Superliga ist. Aber wenn direkt sich nur auf Flug-Pokémon beschränkt wird, Tropius einfach noch wichtiger ist in seiner Rolle, was es hat. Das heißt, Tropius hat zwar nur vier Stimmen bekommen, Scaraborn fünf. Wir hauen das Scaraborn jetzt aber erstmal raus, das steht trotzdem immer noch ganz oben. Schreibt unter dieses Video natürlich Scaraborn, wenn ihr Scaraborn haben möchtet als nächstes. Aber ich würde Tropius jetzt behalten, würde sagen. Deswegen machen wir den Hashtag, Hashtag Tropius. Ihr seht, ganz normal, ohne versteckte Kosten, ohne irgendwas. Einfach nur Hashtag Tropius in grün. Ja gut, ihr könnt das nicht in grün schreiben, aber da sind keine Zahlen drin, das ist nicht groß und klein. Nein, Hauptsache ihr schreibt nicht Tropiu, da ist Esmus schon mit, Hiji It Esmus mit, ihr wisst Bescheid. Tropius, so wie es geschrieben wird, so ganz normal der Name. Hashtag Tropius in die Kommentare und Vorschläge, was ihr sonst noch gerne hättet oder was es sonst noch gerne geben soll, was wir demnächst noch machen können. Ich finde das einfach eine gute Entscheidung. Wie gesagt, der Flugcup ist in greifbarer Nähe, der Flugcup wird demnächst kommen. Und Tropius vom Typ Flug passt, können da damit kämpfen. Diejenigen, die das bekommen, diejenigen, die das noch nicht haben, vielleicht haben die da einen Vorteil gegenüber den anderen. Tropius jetzt am passendsten, das Bananenmonster, das fliegende Hashtag Tropius in die Kommentare. Auslosung ist wieder am Montag. Ich sage es nochmal dazu, Montag Chill mit Ramses Livestream ab 20 Uhr. Der ist jeden Montag, jeden Montag gibt es einen Chill mit Ramses Livestream ab 20 Uhr. Und 21 Uhr setzen wir die Verlosung an. So können Leute vorher schon reinkommen, können ein bisschen chillen mit Ramses, so wie der Livestream auch heißt. Und 21 Uhr beginnt direkt die Tropius Verlosung. Wir werden wieder fünfmal auslosen über diese random YouTube Comment Picker Seite. Das machen wir ja immer so. Und wenn dann Kommentare rausgepickt werden, die den Hashtag falsch geschrieben haben, dann wird weitergezogen. Wenn Kommentare rausgepickt werden, wo der Hashtag nicht drin ist, dann wird weitergezogen, weitergelost. Bis wir fünf Leute haben. Und die Leute, die gezogen werden, sollen in dem Moment im Stream aber auch dabei sein. Da es ja eben viele gibt, die sich 30 Profile machen, die schreiben dann den Hashtag hin. Und irgendwann kommen sie dann aus den Löchern gekrochen oder melden sich gar nicht mehr, weil sie gar kein Auge drauf haben. Wer, wie, wo, was. Und das wurde von der Community so gefordert, dass bitte derjenige auch anwesend sein soll, weil es traurig ist, wenn Leute ausgelost werden, die keiner kennt, die man noch nie gesehen, noch nie gehört hat. Und es so viele Leute gibt, die jeden Stream verfolgen, die den Kanal aktiv verfolgen und die dabei sind und sich dann in den Arsch beißen, wenn sie sehen, dass irgendein Faker die Sachen bekommt. Und deswegen haben wir das so eingeführt, ihr müsst Montag 21 Uhr im Stream anwesend sein. Ihr müsst nur ganz kurz, ihr geht halt rein, ihr guckt, werdet ihr gezogen. Wenn ihr gezogen werdet, sagt ihr kurz Bescheid, jo, hier, hier bin ich, alles klar. Wann ihr mich dann danach anschreibt und wir die Übergabe machen und so weiter, das ist wieder was ganz anderes. Selbst wenn das zwei, drei Tage dauert, ist egal. Aber seht zu, dass ihr am Montag 21 Uhr im Stream seid, wenn ausgelost wird, wenn ihr Tropius bekommen wollt. Ich glaube trotzdem, dass Garaborn bestimmt beliebter ist, aber Tropius trotzdem auf Platz zwei. Deshalb hauen wir jetzt Tropius raus. Das war es von meiner Seite aus. Wenn noch Fragen sind, schreibt es noch zusätzlich mit in die Kommentare. Aber macht nicht 20 Kommentare, denn wenn der Duplikator eure Kommentare ausfiltert, sodass nur einer drin ist und dann ist einer drin mit, wann war die Auslosung? Und euer Hashtag Tropius ist dann nicht dabei. Deswegen, wenn ihr was fragen wollt, dann schreibt es in den selben Kommentar, wie den Kommentar, wo ihr auch Hashtag Tropius reinschreibt. Das war es aber jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. Und nachher 17.50 Uhr ist auch noch die Spotlightstunde mit Hundus da. Und doppelten Bonbons, da sehen wir uns. Gibt es auch in Shiny, wenn ihr Bock habt, schaltet ein. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. Bis dahin, peace out, vorhaut.